der mais hallo und herzlich willkommen im reich der pflanzen heute wieder aus unserem kleinen wunderschönen garten wir haben hier den mais von der cheyenne den hat sie mir pflege gegeben den werden wir heute einpflanzen und noch ein paar andere sachen machen wir schauen uns wie ich gestern eigentlich sagte unseren elefanten etwas näher an den auch dort dürfen hand anlegen machen heute also tatsächlich wieder ein allround in dem sinne hier aus dem garten dies und das nicht so spezifisch für etwas sondern für jeden etwas in dem sinne dabei ja der elefant ist schon eine coole geschichte alter schwede ich hole ihn einfach mal ein bisschen näher ran hier das ist doch cool oder ja es gibt schon sachen im pflanzenreich die möglich sind wenn man es einfach nur mal angeht und dementsprechend vielleicht auch mal sieht woanders dann hat man auch nicht so eine angst dass einfach mal selber anzugehen aber die müssen heute tatsächlich schneiden denn die last ist doch etwas zu schwer geworden für den elefanten okay da der mais sehr groß wird und wirklich ordentlich wurzeln macht kommt er jetzt hier ins hochbeet heim bei unseren bäumchen weil hier ist noch platz und ich wüsste jetzt auch nicht was hier sonst reinpflanzen sollen von daher kommt der mais jetzt hier rein und er bekommt ihr mit sprechen auch futter weil meist ist ein starkzehrer der leidet sehr schnell wenn er zu wenig nährstoffe bekommt von daher setzt man den hat auch mit ich hier einfach rein habe ich damals mal das ganze kraut das ich hier rausgezogen habe einfach hingeschmissen und da durfte hier trocknen und verrotten in dem sinne so wenn ein recht tiefes loch machen denn wie gesagt wir werden ihn jetzt gleich direkt mit versorgen um ihn ordentlich wachsen zu lassen ist also ganz wichtig und auch hier gibt es natürlich wieder verschiedene möglichkeiten rein theoretisch können wir auch mit flüssigdünger andüngen oder in dem sinne angießen und etwas versorgen die pflanzen wenn sie richtig rein wachsen hinterholen sich alles von alleine weil hier ist ausreichend drin das sieht man auch an den bäumen die hier wachsen die eichen sind richtig kräftig auch hier unser lampionbaum das ist auch die auch die kastanien alle kräftig grün also eigentlich ist genug drin aber beim mais der braucht ein bisschen mehr das ist tatsächlich so also nehmen einfach mal bio dünger dieses mal weil wir ihn halt noch haben und packen da unten mal ins loch ein bisschen was rein ich nehme jetzt einfach mal die hände sollte man eigentlich nicht machen ist aber jetzt ein bisschen einfach einfach eine handvoll unten rein und dann mische ich das ganze mit der erde hier unten drin ist so dass die wurzeln wenn sie rein wachsen hier nicht direkt in den dünger rein wachsen weil das wäre auch nicht so der börne richtig schön mischen und dann können wir die pflanze jetzt reißen die es sind ja drei allein in dem sinne drei so das muffelt aber gut heute später der ist nur zum naturdünger ist halt so gegeben die wurzeln sehen gut aus definitiv also von daher haben sie schon mal ganz guten start so ein bisschen erde drauf hier wieder wie gesagt dass die wurzeln nicht direkt am dünger liegen das ist nicht so gut der soll hier rein wachsen und sich dann die nährstoffe holen so siehst du wurde haben wir den platz hier auch genutzt ordentlich und haben hinterher auch mal ein anderes bild dann in dem sinne hier in den hochbeet das hast du verschiedene höhen das ist immer ganz gut wenn hier ein bisschen kraut drin wächst das ist nicht so wild das macht dem weiß gar nichts so jib jay jay jetzt noch weiß bescheid angießen ganz klarer fall und auch kräftig angießen ja meist ist schon eine coole sache hatten wir schon mal gehabt als die meerschweinchen werden sich auf jeden fall freuen dann wobei die auch die blätter fressen aber dann dementsprechend doch mal die mais kommt wobei meerschweinchen dürfen nicht viel mais essen das ist nämlich mastfutter und das ist nicht so gut für die meerschweinchen darf man auch nicht vergessen okay jib jay jay erst mal ein bisschen hinsetzen genießen und ausruhen und die wunderschönen hortensien hydrangier makrofüller die bauerhortensien die sind so wunderschön unheimlich viele blüten dolden die jetzt nach und nach aufgehen werden und uns beglücken selbst herangezogen aus stecklingen auch dieser bonsai hier die vorsüts hier haben wir selbst herangezogen damals aus einem steckling und dementsprechend dann auf dem bonsai auf dem bonsai auf dem bonsai elefanten in dem sinne etabliert das ist so ein schöner anblick das ist so herrlich anzusehen so das heißt wir müssen ihn heute wie gesagt wieder schneiden denn die last ist jetzt einfach zu schwer geworden für den kleinen elefanten unterbäumchen soll ja auch klein gehalten werden in dem sinne ist lange zeit herausgewachsen heute werden wir tatsächlich gemeinsam hier eingreifen ja das sind wirklich wunderschöne wunderschön oder ich bin so stolz drauf das werden wir dieses jahr auf jeden fall noch mal angehen hortensienstecklinge zu machen obwohl zum film darüber schon gibt aber man weiß ja nie was alles noch so einfällt vielleicht machen wir auch mal was ganz neues was ganz anderes um mal zu gucken wie das dann vielleicht funktioniert oder auch nicht ich denke mal das wird auch gemeinsam hinkriegen meine andere variante der stecklingsvermehrung hier anzugehen bei den hortensien es ist so muckelig warm am wochenende soll es wieder regen und gewitter geben sollte natürlich optimal also es wunderschön wieder herausgewachsen drehe das mal kurz ein bisschen irgendwann ich zeige es nochmal so hier wächst jetzt ein trieb vom kopf entfernt in die richtung das möchte ich nicht das soll hier frei bleiben vorne dass man den elefanten noch sehen kann im prinzip und den ast den werden wir jetzt komplett entfernen nicht zurückschneiden sondern kommt komplett weg hier das sollte auch nicht mehr austreiben wir hatten schon mal rückschnitt hier gemacht werden jetzt das ganze ja soweit zurückschneiden auf ein bis zwei augen im prinzip also dort wo ein blatt noch ist dass das ganze da wieder raus wachsen kann aussortieren selber zur gestaltung her machen wir dann später dementsprechend es sei denn mir fällt jetzt etwas ganz besonders auf wo ich sage oder das muss jetzt unbedingt weg so wie den einen den wir gerade weggenommen haben hier ansonsten aber pinzieren wir das ganze im prinzip also es ist schon ein rückschnitt pinzieren das hat ja nicht mehr ja damit wir ihn halt klein halten wie gesagt gestalterisch kann man später eingreifen noch das ist nicht so das problem soweit ist das jetzt schon mal okay so jetzt haben wir hier einen wunderschön kräftigen trieb den setzen auch auf ein blattpaar im prinzip zurück so das war es schon fast einen haben wir noch hier diesen da bin ich gerade überlegen ob ich den noch rüber wachsen lasse ja aber nicht so langstilig also nämlich hier zwei blattpaare bis drei blattpaare dass er hier ein bisschen weiter rauskommt ja fertig das war's so einfach ist das ratzfatz wieder klein geschnitten aber ist mir schon ganz wichtig darauf zu achten dass der kopf hier frei bleibt und denke mal das sieht natürlich schon mal richtig cool aus viel größer darf der auch nicht werden von der müsste also spätestens im frühjahr eingreifen und aussortieren vielleicht auch noch mal ins alte holz zurückschneiden oder solche sachen aber das machen wir jetzt nicht jetzt darf er erst mal wieder heraus wachsen ja jetzt hat er nicht mehr so eine große last auf der schulter unser elefant machte ich so hübsch weißt du was das für ein blättchen ist ein fangblatt ja sonnentau drosera rotundifolia die wir selber durch aussaat vermehrt haben dort sitzt auf dem blatt eine kleine blattlaus ja interessanterweise bei den karnivoren die werden von den blattläusen überfallen und die können sich auch nicht dagegen wehren interessanterweise das heißt die blattlaus ist hier fleißig am saugen das muss ich mir also ich denke mal es ist so klein das ding das kann man kaum sehen das heißt ich werde sie jetzt einfach mal versuchen zu entfernen ich hoffe es gelingt mir weil es ist ja nur recht klein das ganze ja ich habe sie siehst du wohl habe ich sie jetzt wirklich und habe ich einfach nur rumgeschoben kann ich jetzt so leider nicht erkennen ich beobachte das gerade die ist weg oder kann man schlecht sehen jetzt okay ich werde noch mal kontrollieren auf jeden fall macht sie sich hier draußen ganz gut also sie ist richtig kräftig am wachsen knackt da gerade ein bisschen kommt relativ große blätter jetzt auch schon ich halte mal kurz mein finger hier hin dass man sehen kann im größenvergleich schon ziemlich heavy ok kleben tut es auch gut noch mal kurz gezeigt wer es noch nicht kennt das ganze ist eine do it yourself sache hier das pöttchen ist hier einfach reingestellt ins wasser und das funktioniert soweit schon mal richtig gut das ist eine geniale sache ist übrigens so eine kakao dose weiß bescheid ne ja also ist eine coole sache dass man das tatsächlich so handhaben kann aber wie gesagt bei blattläusen muss man doch aufpassen weil die gehen tatsächlich auch an die fleischfressenden pflanzen dran ok ganz kurz die akelei gezeigt die wir vor kurzem gemeinsam zurückgeschnitten hatten sie treiben wieder aus und entwickeln tatsächlich auch noch mal blüten haben jetzt nährstoffmangel ist aber nicht ganz so tragisch ich hatte ja gestern gedüngt und von daher ist das soweit ganz okay und dann bekommen tatsächlich eine zweite kleinere blütenflor ein kleineren in dem sinne ja auch mal schön anzusehen wenn sie verblüht sind einfach kräftig zurückschneiden und dann treiben sie noch mal ein bisschen neu aus so jetzt müssen wir was zurückschneiden moment und zwar die lonizera unsere spirale so machen wir das jetzt moment moment ich guck mal eben ja okay ich hoffe da kommt der akku noch okay ist so also ist mächtig kräftig herausgewachsen richtig kräftig das ist echt der wahnsinn die schneiden wir jetzt komplett zurück die soll hier oben nicht so kräftig wachsen dann müssen wir mal gucken was soll das später aufbauen inwieweit die ist jetzt auch zu kopflastig von daher kräftig zurück ist schon heftig wie die gewachsen ist ne richtig grün richtig kräftig so da achte ich jetzt auch nicht auf viel das wird einfach komplett zurückgeschnitten hier wie gesagt da soll eine kleine krone bleiben hier um nicht so ein riesen ding geben falls kann ich gleich noch mal nachschneiden und dann werden das ganze gleich auch mal steben hier jetzt gehen wir erst mal runter da unten alles grün und grün kannst du das sehen das ist schon heavy ne ja das macht schon richtig spaß so also auch hier im unteren bereich kräftig ausgetrieben das soll natürlich nicht sein das heißt es ist jetzt nicht schlimm dass das jetzt so gekommen ist aber jetzt müssen wir tatsächlich mal eingreifen hier und das ganze zurücknehmen denn wir wollen ja die spirale auch sichtbar behalten in dem sinne von daher das ist einmal alles weg hier ein besseren einblick wieder die ganze geschichte geben falls muss ich es gleich nachschauen weil ich kann jetzt nicht so genau gucken hier das ist gerade gar nicht so möglich ich schon jetzt einfach erst mal weg und gegebenenfalls schneide ich das gleich noch mal nach so ist die dicken dinger schon mal weg hier den rest moment mal auf den kürzen mal ein ne der kommt auch ganz weg dass das hier unten auch mal sichtbar wird ne so was hier ganz klein ist das lassen wir jetzt erst noch damit wir ein bisschen besseren saftzug nach oben gegeben haben okay siehst du wohl haben wir das auch das wächst alles hier echt der wahnsinn meine güte ne ich sag's dir nur so okay jetzt stehen wir den kandidaten noch mal zum stehe benutze ich hier ein bambus stock kannst du aber anderes nehmen was bescheid gibt viele möglichkeiten so ich ziehe ihn hier oben schon mal durch dass er hier oben direkt halt hat pass mal auf dann einfach mal durch die spirale da unten durch und dann etwas weiter weg vom ansatz vom stamm und dann drücke ich den mal vorsichtig so rein müsste schon fast passen warte mal ein bisschen schräger so siehst du wohl steht da fest schneiden wir den gleich noch ab nein den schneiden wir nicht ab vielleicht brauchen wir ihn später für was anderes von daher ab ist ab ne von daher lassen wir ihn ruhig so lang stehen das ist nur auch wurscht siehst du wohl brauchst du nicht mal anbinden läuft ne okay jippie jay jay schauen wir die spirale noch mal etwas näher an weil das ist wirklich mega cool wie das ding gewachsen ist richtig heavy ich kann gerade nichts sehen im bildschirm heute ist mal wenn die sonne so tief hängt ne ja ich werde den stab oben doch abschneiden jetzt hier weil filmtechnisch sieht das ein bisschen blöd aus wenn da so eine stange im wege immer steht ansonsten was bescheid ne mammutbäume heftig dieser farbkontrast ne die haben so eine heftige farbe dieses jahr bedingt durch den dünger das ist der wahnsinn ehrlich das ist der wahnsinn so werden aber langsam groß die klamotten ne insbesondere der mammutbaum hier da muss ich mir was überlegen A ich muss ihn irgendwie befestigen unten am topf irgendwie also in den topf muss ich befestigen damit er mir nicht umfällt wenn es sturm gibt ähm ich meine er ist biegsam das macht ihm nichts außer sturm aber also wind starker wind in dem sinne aber der wird dann umgeschmissen das wäre nicht so der burner ne genauso wie die weide auch hier ist ja letztes jahr auch so gewesen aber der macht das nix weil die lehnt sich hier an die hecke und dann ist das okay dann bräuchte ihn wieder aufrichten und gut ist ne aber bei dem mammutbaum ja der wird schon heftig groß da muss ich aber überlegen dass wir den mal irgendwo hin pflanzen können wo er für ewig bleiben kann ne aber ich werde allerdings nicht bis nach bayern fahren oder so er kann ich ja eh nicht weiß bescheid ne ins auto kriege ich das ding ja gar nicht rein aber da muss ich mir was überlegen wo der kandidat dann später mal hinkommt dass er für ewig dort bleiben und wachsen kann ok dann kurz zum apfelbaum hier hier sind ja ein paar äpfelchen ab ne wieso weshalb warum fragt nicht so dumm die sind abgegangen so ähm hier die sind noch dran gott sei dank yippie yi richtig cool so ich hatte den ast hier dran gelassen eben weil die äpfel da dran hingen jetzt sind sie ab das heißt der ast kommt jetzt weg weil es ist ja eigentlich ein bonsai und das mache ich jetzt eben nochmal um das ganze auch dann dementsprechend weiter vorzubereiten unseren apfel bonsai ok mein ganzer stolz unser apfelborn aber ich habe gestern gedüngt gehabt ne ich habe heute morgen schon gegossen gehabt das wasser ist schon wieder weg im untersetzer der schluckt wasser das ist echt der wahnsinn äh ich gieße noch eben hier reines wasser rein also in dem sinne jetzt hier regenwasser und werde gleich mal nachmessen was hier noch drin ist da muss ich aufpassen bei dem hier der schluck das ist der hammer alter falter das ist eine richtige schluck eule so kann ich das gleich mal nachmessen was wir noch drin haben einfach nur so just for fun um das begleiten zu können so jetzt haben wir hier einen neuaustrieb der ist richtig kräftig gewachsen den werden auf jeden fall schon mal zurücknehmen das machen wir also auch fortlaufend im jahr damit das ganze nicht zu stark auswächst hier das haben wir jetzt ein zwei drei blättchen stehen lassen so kann man das jetzt sehen hier ist der große asthmer auf ich nehme mal eben hier die felsenbirne ein bisschen zurück moment moment bitte moment bitte ich bin gerade am film jetzt wartest du so die felsenbirne habe ich jetzt zurückgenommen damit die nicht zu groß wird hier so jetzt haben wir den einen ast den wir haben herauswachsen lassen weil er eben geblüht hat und auch früchte trägt den muss ich jetzt zurücknehmen normalerweise würde ich ihn hier zurückschneiden geht aber nicht weil hier die äpfelchen dranhängen das ist ein bisschen zu nah also wenn wir das ganze hier auf der entfernung etwa zurücknehmen und da gucken wir im frühjahr dann halt wasser gestalterisch dann noch verändern daran ansonsten ist dann soweit ganz okay ist auch noch einer kräftig herausgewachsen auch den nehmen wir noch mal zurück hier damit die halt nicht zu stark wachsen so die anderen sind soweit noch okay das lassen wir noch raus wachsen hier kann man das sehen noch nicht den lassen wir noch raus wachsen hier das ist im prinzip der hauptast des ganzen da kann man das später dann weiter gestalten oder dann halt zum frühjahr hier dementsprechend zurücknehmen je nachdem wie man bei den bäumchen noch eingreifen möchte also rückschnitt beim obstraum kannst eigentlich ganze jahr über machen rein theoretisch okay ich hole mal eben die linde die wir vor kurzem steht auch im untersetzer vor kurzem geschnitten hatten ich habe zwischendurch schon mal wieder so ein bisschen herum gespielt ja das macht man so wenn es raus weg dann schnippelt sie hier und da einfach mal was ab ja so sieht sie aus unsere linde wunderschön gewachsen richtig kräftig kann man eigentlich ganz sehen hier nicht so ganz ne gehen wir noch ein stück zurück vielleicht sieht man sie so ganz ja also hier kommt jetzt ständig neu austrieb und die nehme ich auch immer wieder zurück und das kann man tatsächlich auch einfach so machen einfach abknipsen in dem sinne damit wir schöne eine schöne schlanke säule behalten kann es natürlich im besten von scheren im ganz klarer fall ich mache es einfach jetzt mal so hier und so halten wir das letztchen schlank immer wieder mal was so raus wächst allerdings lass es erst ein bisschen raus wachsen nicht jeden tag dann rum schnippeln soll doch ein bisschen kraft danken können kannst du ja und so können wir sie dann tatsächlich schlank halten unsere linde als säule in dem sinne das ist eine richtig coole sache oben hatten wir sie damals auch zurück genommen dort werde ich sie allerdings jetzt noch mal wachsen lassen damit noch ein bisschen kraft nach oben gegangen er gesogen wird nicht gegangen oh mein gott es ist auch schwer zu warm glaubst du das alter schwede so wie gesagt hier oben lasse ich es noch ein bisschen raus wachsen und bei geben der zeit nehmen wir es auch wieder zurück damit es auch nicht zu hoch wird die linde ja so kann man sich also eine wunderschöne säule tatsächlich von bäumen machen das kannst du im prinzip mit jedem baum machen also das ist nicht arttypisch oder so vor allem wuchsform die wird ja erzogen also wir erziehen den baum ja und erziehen kannst du fast jeden baum von daher eine richtig coole sache so yippie jayee alter schwede es ist warm so Moment ist nicht ganz so einfach in der hitze glaub mal wenn wir jetzt schon mal beim schneiden sind dann machen wir auch die lonizira das ist die die wir damals geflochten hatten die ist auch mächtig kräftig herausgewackt ich sage es seitdem wir den dünger verwenden dann gehe ich dir die post ab so hier nehme ich jetzt allerdings die krokavzange weil ich hier etwas genauer schneiden muss da kann ich nicht einfach pie mal daumen schneiden das muss schon ordentlich sein hier ja ich sag's ja du Moment komm ich da von hinten dran das ist heftig wie die sachen jetzt wachsen das ist echt der wahnsinn alter schwede ja mir fällt da echt bald nichts mehr zu ein das kannst du mir glauben du das ist echt der hammer ja ja die müssen wir zurücknehmen ganz einfach weil wir das hier sichtbar machen wollen oder halten wollen in dem sinne aber ist nicht so schlimm du kannst Klamotten auch mal raus wachsen lassen umso kräftiger und stärker wird das ganze hier auch ne allerdings irgendwann ist es Ende Gelände irgendwann muss der Kram weg ganz klarer Fall und in dem Fall ist das jetzt so der hat mich schon seit ein paar Tagen genervt immer wenn ich dran vorbei gegangen bin ne und das nervt dann doch irgendwann und von daher machen wir das jetzt einfach mal kurz gemeinsam hier so siehste wohl das meiste hier im unteren Bereich schon weg hier ist noch einer so oberen Bereich machen wir da auch irgendwas oder lassen wir das noch wachsen hm gucken wir gleich mal würde ich sagen ne wir nehmen erstmal alles weg was hier weg muss dass wir also wirklich das geflochtene sehen was dementsprechend als Stämmchen später dastehen wird ne so siehste wohl alter Schwede das sieht schon heftig aus hör mal auf ich hole da kannst du mal ein bisschen näher ranieren der hat übrigens auch keinen Untersetzer gehabt und der ist jetzt trocken tatsächlich das heißt auch der bekommt Untersetze denn alle alle Pflanzen die Untersetzer haben sind jetzt noch feucht ne aber die keinen Untersetzer haben wie gesagt da läuft das meiste Wasser ja durch ne und dementsprechend ist auch das was drin ist ganz schnell verbraucht das mal kurz so mitgenommen am Rande das ist schon ganz gut mit Untersetzern tja so sieht das Ganze jetzt aus ne es wurde also echt höchste Eisenbahn das Ganze hier abgenommen wird mal kurz gezeigt wie das jetzt aussieht mit dem was wir damals geflochten hatten hier es sieht schon cooler aus ne nicht so so normal in dem Sinne achso das waren ja drei waren das damals ne ja drei siehste wohl eins zwei drei es hat soweit ganz gut geklappt also ja im oberen Bereich müssen wir jetzt mal gucken ob wir da nochmal zurück nehmen oder lasse ich ihn einfach noch wachsen ich glaube ich lasse ihn noch wachsen im oberen Bereich damit also wirklich hier noch richtig Kraft rein geht ne ja doch das machen wir hier machen wir nichts dran hier haben wir ja damals hier einen neuen Topf reingesetzt höher gesetzt damit wir später auch hier die Wurzeln freilegen können aber da machen wir jetzt noch nichts das soll alles noch so bleiben und dementsprechend sich selbstständig da drin entwickeln ok der Bergahorn ja er ist wunderschön interessanterweise hat er das Wachstum komplett eingestellt werden auch so ein paar Maßnahmen ergriffen im Frühjahr nach dem Austrieb auch dementsprechend aber jetzt ist tatsächlich so gegeben dass er Wachstumsruhe hat erstmal mal gucken ob er noch ein bisschen was nachlegen wird die Endknosten sind alle am ausreifen es kommt auch darauf an wie das Wetter wird manchmal ist es so dass sie tatsächlich noch ein zweites Mal austreiben müssen wir abwarten ansonsten brauchen wir jetzt also hier erstmal gar nichts machen wir haben alles gemacht was wir machen konnten jetzt im Laufe des Frühjahrs beim Austrieb während des Wachstums und jetzt können wir das Ganze so lassen ey ist schon cool dass der sich so schön entwickelt hat jetzt und wird tatsächlich von Jahr zu Jahr schöner so im unteren Bereich möchte ich das ganze ja sichtbar lassen das heißt hier wächst auch dieses Sternmoos drauf obwohl es ja kein Moos ist aber man nennt es so da muss ich mir mal gerade überlegen wie ich da vorgehe weil ich habe auch keinen Bock jedes Mal das kannst du wieder freizulegen das raus zu fummeln und hast du nicht gesehen aber wir schauen uns das mal ein bisschen näher an so kann das gehen jetzt habe ich gesagt wir machen nix und da habe ich doch schon was gemacht ich habe mir schon mal ein paar Blätter abgestillt die ganz großen Blätter die jetzt weit herausragen die schneide ich einfach ab Blattstiele lassen wir ein Stück dran stehen damit wir einen besseren Einblick in den Baum bekommen und zum anderen ja nicht so viele Blätter in dem Sinne dran sind weil das ist doch ein bisschen zu viel jetzt von der Optik her auf jeden Fall und wir können das ruhig machen wir können auch einen kompletten Blattschnitt machen aber das mache ich dieses Jahr nicht ne weil dann kommt er noch mal zum Neuaustrieb und dementsprechend kleiner aber das möchte ich dieses Jahr noch nicht machen ich werde das mal die ganzen großen Blätter die jetzt hier dran sitzen noch ein bisschen nach außen ragen die nehme ich jetzt erstmal weg damit das ganze wie gesagt ein bisschen schicker aussieht hier haben wir vom Vogel drauf der kommt auch mit weg so ganz wichtig jetzt zu beobachten sind Raupen es gibt Raupen die gehen sehr gern an Ahorn dran ich hatte vorhin eine gesehen habe sie dummerweise schon weggetan die sehen nämlich sehr interessant aus ja sind sie alle weg ja vielleicht finde ich später nochmal eine ah da ist ein Ei gelege pass mal auf dann zeige ich euch das mal eben wie das aussieht kriegen wir das jetzt so drauf ich sag's ja bei der Wärme du das ist alle nicht so einfach ich glaube man kann es erkennen ja da muss man jetzt ein bisschen darauf achten dass das dann dementsprechend sich nicht ne weiß Bescheid entwickelt ok so dann gucken wir jetzt mal in den unteren Bereich rein was ist denn da passiert Moment na guck mal was wir jetzt drauf kriegen dass wir mal den gesamten Nibari Bereich also Wurzelansatz sehen können das sieht schon schick aus und das möchte ich wie gesagt sichtbar machen und deswegen muss ich gucken dass ich das Moos dort irgendwie weg bekomme guck mal auf dann haben wir nämlich hier jetzt eine Schnittstelle die habe ich damals mal abgedeckt mit Wundpaste und die Wundpaste ist weg ähm gibt es irgendwelche Tiere die die fressen kann das sein ist das möglich äh ich weiß nicht schon ein bisschen merkwürdig ne guck mal auf ähm ich setze einfach nochmal drauf mal gucken ob das dann wieder weg ist später also das habe ich auch noch nicht gesehen das heißt doch mir ist aufgefallen bei einer bei der Hortensie Hydrangea Panicolata Vimps Red da ist auch ein Teil verschwunden gewesen aber dachte ich dabei irgendwie war drangekommen aber so und das sehe ich jetzt zum zweiten Mal dass die Wundpaste weg ist ja irgendwie ne schon ein bisschen merkwürdig manchmal das Leben ich sag's dir man erlebt ständig was Neues so pass mal auf dann gibt es hier eine sehr coole Erscheinung noch sehe ich gerade pass mal auf ja und zwar dieser Riss den wir hier sehen hier ne das ist ein Anzeichen dafür dass der Baum enormen Dickenwachstum macht das ist natürlich eine richtig coole Sache ja ok mal gucken wie das jetzt mit dem Wundverschluss hier äh aussehen ob das so bleibt oder ob das tatsächlich wieder weggemampft wird ne so das heißt ich überlege mal was ich jetzt hier mit der Oberfläche mache Learning by doing ich versuche es einfach mal ich werde jetzt einfach hier Zebra drauflegen und das nass machen und mal gucken ob das was bringt ne das vor Fun einfach mal machen nicht lange lachen weiß Bescheid ne ja ok ja jetzt sagst du wahrscheinlich wenn es trocken wird fliegt sie weg ne so ist das auch du sollst du glauben wenn das trocken wird dann fliegt das da bin ich jetzt mal gespannt drauf kam mir ganz einfach spontan jetzt ne kam einfach so so das heißt wir werden das ganze beschweren logischerweise ne ein paar Steinchen drauflegen hier damit uns das nicht wegfliegt und dann ist gut siehst du wohl ne einfach mal gucken was dann jetzt so passiert ob das funktioniert was denkst du eins können wir heute noch machen und zwar Beikraut entfernen haha das sind die Mammutbäume Metasequoia glyptostroboides die weil es sind zwei die haben wir damals wer sich daran erinnert geflochten eigentlich geflochten ne halt ineinander gedreht ne so das können wir jetzt mal rausnehmen langsam hier bevor das überhand nimmt aber du kannst doch ruhig erstmal wachsen lassen ist gar nicht so schlimm gar nicht so schlimm so hier steckt noch was drin sehen wir gleich vielleicht eine Lunizera das ist nämlich diese hier das war damals langer Trieb und zwar solch einer hier und den habe ich einfach in den Topf rein gesteckt so und wächst schattig ganz klarer Fall ne logisch so äh müssten wir gleich mal rausnehmen was ich machen werde heute wir hatten ihn hier angebunden das geht von alleine ab schon und das ist natürlich cool bei diesem ähm naturbass dass er sich von alleine zersetzt mit der Zeit ne so das heißt wir werden ihn wieder drehen das heißt ich muss erstmal die ganzen starken Seitenäste entfernen damit wir ihn ineinander drehen können wieder ne das ist nämlich Sinn und Zweck der ganzen Sache um mal zu gucken wie der dann später sich entwickelt oder das ganze ausschaut in dem Sinne wenn die Bäume größer werden ne das wird mit sicher eine richtig coole Sache so ich hoffe der Akku hält noch oh man ey alter Schwede ich sag's ja du so okay das heißt wir können sie jetzt weiter drehen ineinander das heißt den einen um den anderen und dann fixieren wir das ganze wieder und lassen ihn einfach weiter wachsen siehst du wohl ne hält ja fast von alleine schon hier so ja hält sogar von alleine ich werde es trotzdem ein bisschen fixieren damit es nicht wieder sich auseinander dreht aber ansonsten sollte das auch so funktionieren so wie es ausschaut ja das ist just for fun ne einfach mal machen nicht lange lachen weiß Bescheid wer weiß wie die beiden Schätzchen sich später mal gemeinsam hier entwickeln siehst du wohl nicht zu stramm ziehen fertig den müssten wir eigentlich mal raus holen mache ich heute aber nicht mehr und den Rest lassen wir jetzt wachsen so weiß Bescheid winke winke bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen heute im Garten das eine und das andere Mal gesehen in dem Sinne so der kommt auch wieder auf den Untersetzer denn die Mammutbäume die schlucken richtig viel Wasser das ist echt der Hammer so ich hoffe das hat jetzt funktioniert noch mit dem Akku ich guck mal eben jo hat noch geklappt jippie jippie alter Schwede boah so ja bis die mal so groß sind wie unser Schätzchen hier auch ich sehe gar nichts mit dem Display es ist aber auch warm ne und dann diese Grelligkeit die ganze Zeit das ist schon ziemlich heftig ne da oben kannst du die Krone noch sehen der ist schon mächtig groß geworden alter Schwede ja wie gesagt ich muss was überlegen wie ich den dann fixiere damit er mir nicht hier umfeldständig wenn es windig wird wenn es hier windig würde wird es richtig windig deswegen habe ich auch kein Gewächshaus mehr weil das lohnt sich hier tatsächlich gar nicht äh die ganze Bildschieb das lohnt sich hier wirklich nicht hier fliegt dann alles durch die Gegend also mit Folie kannst du knicken hier bei uns das ist einfach nicht machbar in dem Sinne aber es ist nicht so schlimm wir können ja andere Sachen hier machen von daher ist das ganz okay so yippie yi es ist jetzt Feierabend für mich ich sage es euch Hunger habe ich und mir ist heiß und weiß Bescheid ist nicht immer alles so einfach ne aber egal wir haben es auch heute wieder geschafft und darauf kommt es dann letztlich an jeden Tag ein kleines Stückchen weiter machen was möglich ist und es gibt noch so viel hier zu tun zu entdecken und zu erleben das ist richtig schön auch der Klee da vorne blüht so schön ne kannst du ihn sehen der gelbe der kommt aus dem Rosenmarin der wächst im Rosenmarin mit drin hat sich jetzt auf die Pfefferminz gelegt und den lasse ich auch wachsen aber der ist so schön das ist ne von der Farbe her ok lassen wir einfach so